Vor ein paar Wochen war ich Montagsabend in Hamburg im Stadion und habe Euren Club gesehen gegen den HSV und war total beeindruckt, was ihr da über zwei Stunden abgerissen habt. Als das 2-1 gefallen ist kurz vor Schluss, habe ich gedacht, das Stadion bricht auseinander und hat echt Gänsehaut auf der Tribüne. Als ich nach Hause gefahren bin, habe ich mir gedacht, wie cool das ist, in einem Club zu arbeiten, der so unterstützt wird und so viele Fans hat und die Montagsabends nach Hamburg fahren und lauter sind wie 44.000 Hamburger. Und deswegen bin ich natürlich extrem froh, dass ich hier nächstes Jahr euer Trainer sein darf. Ich kann es kaum noch abwarten, dass es losgeht und hoffe, dass wir uns bald alle im Stadion sehen. Dankeschön.